Musik Herzlich willkommen zum Courier Business Talk, heute mit Philipp Madertaner. Er ist Unternehmer, Kampagnenstar, Kino-Speaker, Podcaster, Berater. Seine Firma heißt Campaigning Büro und er hat Büros in Wien und in Berlin. Da ist so viel. Was macht ihr genau, Philipp Madertaner? Vielen Dank für die Einladung zunächst einmal. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute. Es ist tatsächlich über die Jahre sehr gewachsen. Ich habe mein erstes Unternehmen gegründet vor mittlerweile zehn Jahren. Zum 30. Geburtstag habe ich beschlossen, es ist jetzt zeitunternehmerisch zu wirken. Und tatsächlich, mein erstes Unternehmen ist eine Agentur, das Campaigning Büro. Beschäftigt sich sehr stark mit der Frage, wie kann ich Menschen in dieser Zeit noch für etwas begeistern und mobilisieren. Einerseits natürlich für große Marken, wo es darum geht, für Produkte Menschen zu bewegen, aber auch immer öfter in der Frage, wie schaffe ich es heute noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Das ist ein Thema, das stark im Anstieg ist. Und über die Jahre hat sich bei mir viel verbreitet. Mein zweites Unternehmen, die Business Gladiators, da geht es sehr stark um das Thema Leadership und Unternehmenskultur. Auch etwas, was, glaube ich, einen großen Impact hat auf die Frage, kriege ich heute noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann habe ich noch eine Softwarefirma und Startup-Beteiligung. Und so fahrt wird man nicht. Und das ist alles in diesem wunderschönen Büro, oben beim Hauptbahnhof. Da habt ihr ein Stockwerk in einem Tower. Ja, wir haben irgendwann vor zweieinhalb, drei Jahren festgestellt, dass die Zeit, wo wir uns, wie es ja viele Startups und Unternehmen nach der Gründung machen, uns durch so einen Altbau durchfressen quasi wie die Raupe und immer wieder schrittweise vergrößern, dass das irgendwann an die Grenze stößt und haben dann beschlossen, wir ziehen aus und bauen aus. Und da haben wir natürlich die Chance gehabt, das erste Mal so etwas wirklich vom Reißbrett zu planen. Und man redet ja oft über New Work. Und die wenigsten haben die Möglichkeit, ein Reißbrett zu designen. Was heißt New Work? Die Chance haben wir uns gegeben und haben wirklich, glaube ich, einen Office-Traum oder wie wir es nennen, ein Office-Home verwirklicht im 21. Stock, worauf wir extrem stolz sind. Es ist wirklich ganz beeindruckend, was ihr dort hingestellt habt. Auf eurer Homepage steht, wenn man gleich vorne schaut, nie war mehr Anfang als jetzt. Was meint ihr damit? Was meint eure Firma damit? Oder was meint Philipp Madertaner damit? Na, dass es gerade extrem viel Bewegung ist. Ich glaube, wir spüren ja an alten Ecken und Enden, dass Dinge teilweise ins Wanken geraten, würde ich fast sagen. Altes verschwindet, Neues entsteht. Und das schafft natürlich auf der anderen Seite sehr viel Verunsicherung bei Menschen, wo man das Gefühl hat, so wie es irgendwann einmal funktioniert hat, so geht es nicht mehr. Aber die Verunsicherung, wenn man irgendwann einmal akzeptiert hat, dass die Dinge sich eben ändern und in diese Akzeptanz gekommen ist, dann kann man in die nächste Stufe übergehen. Nämlich das Morgen gestalten. Und das ist eigentlich damit gemeint, wo man sagt, nie war mehr Anfang als jetzt. Ich glaube, so Zeiten des Umbruchs sind immer extreme Chancen. Sie können uns viel Angst machen, keine Frage. Aber es ist einfach die Chance, etwas Neues zu entwickeln. Egal, ob das ein neues Modell ist, wie wir mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun, ob das ein neues Modell ist, wie man heute noch Wertschöpfung stiften kann und Wachstum schaffen kann. Aber ich glaube, da braucht es gerade sehr viel Hirnschmalz an vielen Stellen. Umbruch als Schlagwort, da bricht auch viel auseinander. Es gibt Neuorientierung, es gibt Junge, die anders arbeiten wollen als frühere Generationen, Geschäftsfelder, die wegbrechen. Eine Pandemie, die viel verändert hat in der Art und Weise, wie wir arbeiten oder arbeiten wollen. Was passiert denn da gerade an allen Ecken und Enden, so viel Veränderung auf einmal? Also ich glaube, wenn man auf der Mikro-Ebene die Veränderungen anschaut, kann es extrem überfordernd sein, weil man wirklich das Gefühl hat, jeden Tag gefühlt, bricht irgendwas Neues auf. Ich glaube, auf der Makro-Ebene sind ein paar große Strömungen, die, glaube ich, wichtig sind im Blick zu haben. Ein Punkt ist die Corona-Pandemie, Sie haben es angesprochen. Ich glaube, was die Pandemie mit uns gemacht hat, ist, sie hat uns wirklich gefordert und ich würde mal sagen, an vielen Stellen an die Grenze getrieben, weil wir natürlich alle gefordert waren, uns in einem größeren Ziel einzuordnen und unterzuordnen, wirklich bis hinein ins individuelle Verhalten, wenn es darum geht, auch andere zu schützen. Und ich glaube gleichzeitig, dass wir aber in einem Zyklus drinnen sind, wo die Bereitschaft von Menschen, sich dem größeren Ganzen einzuordnen oder unterzuordnen, im Sinken begriffen ist. Und ich habe das Gefühl, die Corona-Pandemie hat dann einmal sozusagen das letzte Stückchen an uns gedehnt oder überdehnt. Und wir merken einfach vielfach, dass Menschen, auch wenn es um Arbeit geht, nicht mehr in dem Ausmaß bereit sind, ihre individuellen Bedürfnisse am größeren Kollektiv unterzuordnen. Und das äußert sich in dem Wunsch, anders zu arbeiten, flexibler zu arbeiten, weniger zu arbeiten, aus Jobs, die sinnbefreit sind, auszubrechen. Also ich glaube, die große Entwicklung darüber ist, es ist etwas höchst Individualistisches, was da gerade im Gange ist. Wir merken ja, immer mehr Menschen beschäftigen sich mit sich selber, mit ihrer eigenen Achtsamkeit, mit dem auch ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennenzulernen. Immer mehr Menschen schauen auf der anderen Seite auch an sehr vielen Stellen, wir haben das Thema Energie diskutiert, dass sie auch selbstbestimmter und autarker werden. Also ob das jetzt das Thema Solarenergie ist oder sonst irgendwas am Dach. Also wir schauen schon immer mehr auf uns. Das ist, glaube ich, der Sukkus. Aber das Uns klingt schon wieder so nach Wir. Eigentlich muss man sagen, ich schaue immer mehr auf mich. Und das hat gerade Impact an vielen Stellen. Aber wie geht sich das denn aus in einem unternehmerischen Kollektiv, in einer Firma? Wie viel Ich ist da erlaubt und wie viel Uns muss es geben? Naja, ich glaube, das ist die Challenge, um die es gerade geht. Dass das Betriebssystem sich gerade upgraden darf an vielen Stellen. Weil wenn man jetzt den großen Zoom zurück macht und sagt, okay, wie hat all das begonnen? Und ich spule zurück, 400 Jahre Beginn der Industrialisierung. Am Anfang stand eigentlich ein Konzept, das primär die Wertschöpfung darauf gebaut hat, dass Arbeiterinnen und Arbeiter ausgebeutet wurden in dem System. Und das Pendel ist jetzt über hunderte Jahre geschwungen. Und zu Recht und Gott sei Dank, glaube ich, haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer doch viele, auch Rechte sich an vielen Stellen erkämpft und erarbeitet. Und gleichzeitig merkt man aber, jetzt das Pendel schwingt weiter. Also es geht jetzt in eine Richtung, wo man auch an unterschiedlichen Stellen, und die Frage wird ja schon gestellt, fragen darf, gibt es einen Punkt, wo vielleicht Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber jetzt überfordert sind? Was ist also möglich? Ist es möglich, dass in vielen Branchen, die ja nicht sonderlich margenstark sind, ist es dort möglich zu sagen, naja, machen wir mal die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, Klammer auf, 25 Prozent mehr Gehaltskosten, Klammer zu. Das heißt am Ende, ja, weil wir reden immer von der Produktivität, das darf einmal erforscht werden, ob das überall wirklich so ist, ja. Also geht sich das für alle Betriebe aus? Also es kann sein, dass an bestimmten Forderungen jetzt die ein oder anderen Betriebe zerbrechen, wie wohl, und das ist mir immer sehr wichtig, es natürlich nicht heißt, dass es für manche funktionieren kann. Es kann sein, dass ein Wachstums-Startup in einem sehr innovativen, technologiegetriebenen Bereich, dass die sagen, na das machen wir schon, ja. Die Marge stecken wir weg. Ich will nicht den Abrede stellen, dass das funktionieren kann. Aber ob es für alle funktioniert, darf kritisch hinterfragt werden. Die andere Seite, nämlich die Mitarbeiter halten, so hat man zumindest das Gefühl, auch nicht mehr so viel aus wie früher oder lassen sich nicht mehr so viel gefallen. Da gibt es eine Erstarkung. Es gibt auch einen Arbeitsmarkt, wo man vielleicht schnell was anderes findet, weil sehr viele offene Jobs da sind. Und in dem Zusammenhang spricht man auch von der Great Resignation. Ist das zu viel in der Betitelung? Oder sehen Sie diese Strömungen? Also ich denke ein paar Dinge. Das eine ist, ich glaube, es ist wirklich beides. Es ist auf der einen Seite ein Teil Überforderung, also nicht mehr können und nicht mehr wollen. Also ich glaube, es sind beide Phänomene vorhanden. Und das nicht mehr können, ich glaube, auch da hat die Pandemie mit dem, was sie von uns gefordert hat, einfach vielen, würde ich fast sagen, den Rest gegeben. Und die Belastungsgrenze, die möglich ist, dann oft bei vielen einmal gesenkt. Und nicht mehr wollen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir es mit Generationen zu tun haben, die man teilweise auch als Erdengeneration bezeichnet. Und die Eltern vielleicht eine Eigentumswohnung, ich muss nicht mehr Vollzeit arbeiten, ich komme eh anders aus. Wir reden darüber sehr oft in einem auch sehr hochqualifizierten Bereich, wo ich sage, naja, vielleicht sind es 20 Stunden oder 30 Stunden. Aber wir diskutieren all das in einer Welt, wo wir gleichzeitig viele Menschen haben, die Vollzeit reinarbeiten, jeden Tag in der etwas härtesten Jobs und mit denen nicht gut auskommen. Also es ist fast ein Phänomen, muss man sagen, von Parallelwelten. Auf der einen Seite, ich würde fast sagen und traue mich, eine fast elitäre Debatte über, darf es etwas weniger sein? Und auf der anderen Seite die Debatte darüber, kann ich mit einem Vollzeitjob genug haben zum Leben? Und dass beide Dinge in der gleichen Zeit existieren, finde ich, sagt schon sehr viel aus. Es ist interessant, dass viele mit weniger auskommen können, weil sie auch das Umfeld und die Rahmenbedingungen dafür haben. Viele wollen tatsächlich nur noch halbtags arbeiten und sagen, das ist auch okay für mich, wenn ich dann weniger verdiene, kümmern sich dann um ihre eigene Selbstverwirklichung und was es da sonst noch gibt im Leben. Ist das nachvollziehbar? Ich glaube, grundsätzlich darf es ja jeder für sich entscheiden. Also jeder darf für sich entscheiden, was passt für mich. Ich glaube nur, und das ist einfach wichtig, dass wir uns vor Augen führen, egal wie ich mich entscheide, alles kommt mit Konsequenzen. Also natürlich darf jeder und jeder für sich sagen, bei mir ist 20 Stunden genug und ich komme mit dem Geld aus und es ist fein und ich investiere lieber das in Freizeit. Aber auch nach vorne zu denken, wie ist das in 10 Jahren, wie ist das in 20 Jahren? Wir reden über Finanzierung von einem Pensionssystem, wir reden darüber, was ist, wenn ich mal vielleicht eine Zeit lang nicht mehr arbeiten kann, Arbeitsersatzleistungen oder so. Es hat halt alles eine Konsequenz auch und vor allem ist der wichtigste Punkt für mich und der ist für mich alles entscheidend, ist, wenn ich für mich entscheide, eigentlich habe ich schon im Leben auch noch eine gewisse Ambition oder größere Ziele, wie wir es erreichen, vielleicht eine Karriere machen, einen Aufstieg machen. Ich würde sagen, da wird die gebremste Ambition dann schwierig unter Umständen. Das ist jetzt, wie wenn wir sagen, wir schauen High-Performerinnen und High-Performer im Sport an, unsere Skifahrerinnen und Skifahrer, was würde man sagen, wenn die jetzt sagen, ich tue jetzt nur mal halbtags trainieren. Es wird sich ja keiner mehr als Stockerlplatz ausrechnen von denen. Das heißt, wer schon Ambition hat, auch für sich im Leben was zu entwickeln, auch, ich sage jetzt wirklich bewusst, an Wohlstand, ich glaube, dann wird es den Einsatz brauchen. Wenn jemand für sich sagt, ich brauche den Wohlstand nicht, dann ist die Entscheidung zu respektieren. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, ist es ein gewisses riskantes Unterfangen, die Sache auf Anschlag zu spielen, weil wir wissen natürlich, das Leben treibt oft seltsame Blüten und ich brauche manchmal, und das würde ich jedem und jeder empfehlen, in diesen Zeiten, in denen wir leben, ist ein gewisser Puffer, den man hat, keine schlechte Idee. Wie ist das überhaupt mit Leistung heute? Sind wir noch in einer Leistungsgesellschaft oder sind wir schon dort, wo wir sagen, ach, Wohlstand überall, aber nicht überall, wir wissen auch, dass viele Leute nicht auskommen mit ihrem Geld, und man leistet sich halt dann auch ein bisschen weniger zu geben und ein bisschen weniger zu verdienen? Ich glaube schon, es wird sich am Ende sehr zuspitzen. Ich glaube nach wie vor, dass es viele Menschen gibt, die einen Anspruch haben, was beizutragen, mit Ambitionen als Leistungsträgerinnen und Leistungsträger aktiv zu sein, und ich glaube für die wird es sehr, sehr gute Zukunftsaussichten und Chancen auch zu geben, ob es ist, was unternehmerisch aufzubauen, ob es ist, eine Karriere zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass man das Leben anders gestalten kann, aber nochmal, ich glaube, es kommt mit einem Risiko. Wir reden sehr viel über Themen künstliche Intelligenz, wo wird künstliche Intelligenz Arbeitsplätze ersetzen? Wir reden auch darüber, wie stellen sich Unternehmen auf, in Zukunft vielleicht weniger mit großen Strukturen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr in Netzwerken organisiert mit den tatsächlichen Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern. Also es kann auch ein riskantes Unterfangen sein, sich, ich sage jetzt wirklich, zurückfallen zu lassen. Dass das jetzt jemanden vielleicht mit einem guten finanziellen Startvorteil, ob jetzt familiär bedingt oder anders bedingt, nicht beeindruckt, ist ja zu respektieren. Aber wenn ich es knapp auf knapp aufgestellt habe, mein Leben, dann muss ich sagen, dann würde ich mich nicht dem Risiko ausliefern, am Ende vielleicht der oder diejenige zu sein, wo man sagt, naja, das können wir anders auch organisieren. Nun leben wir in einer Zeit des akuten Arbeitskräftemangels. Es fehlt an allen Ecken und Enden, egal ob das in der Pflege ist oder im Dienstleistungsbereich. Es gibt kaum Firmen, die nicht Mitarbeiter suchen. Und Firmen müssen heute auch schon sehr viel bieten, um Mitarbeiter überhaupt anzuziehen. Wo ist da aus Ihrer Sicht die Grenze? Was müssen Firmen bieten? Und wo sagt man dann auch einmal, ja, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr? Das ist eine höchst spannende Frage. Ich darf einen Schritt davor noch sagen, nämlich, dass mir sehr wichtig ist, du musst heute das Unternehmen noch nicht einmal was falsch gemacht haben, um ein Problem zu haben. Was meine ich damit? Der Geburtenjahrgang, der heuer in Pension geht, sind 125.000 Leute. Der Geburtenjahrgang, der heuer in den Arbeitsmarkt kommt, sind 75.000 Leute. Die 75.000 wollen eigentlich im Zweifel vielleicht nur 32 Stunden arbeiten. Das heißt, wir laufen auf 40 Prozent der Workforce von noch vor vielen Jahrzehnten, prognostiziert bis 2030 knapp 400.000 Arbeitskräfte, die fehlen. Also du musst noch nicht einmal was falsch gemacht haben, damit du in ein Problem, in eine Knappe kommst. Schon einen Mangel hast du. Das ist mir wichtig, ja. Und jetzt sind wir beim Bemühen. Ich glaube, sehr wichtig ist, einfach am Ende trotzdem in die Klarheit zu kommen, als Unternehmerinnen, als Unternehmer, was ist möglich. Ich meine das wirklich, ich bin selber Unternehmer, habe drei Unternehmen, die operativ aktiv sind. Du wirst dich nicht über deine eigenen Möglichkeiten dehnen können, weil dann gefährdest du das Unternehmen. Und ich glaube, genau da kommen wir jetzt in die spannende Phase, dass irgendwann darüber diskutiert werden wird und auch werden muss. Was ist das, was am Ende noch möglich ist und wo ist die Grenze? Und ich glaube nicht, dass das am Ende das Schlaraffenland ist, weil am Ende hast du Wirtschaft immer, du hast das, was du einnimmst und so viel kannst du ausgeben. Jetzt ist es in Ihrem Büro besonders schön, also das Umfeld passt. Was bietet Ihre Firma den Mitarbeitern, was geben Sie und wo sagen Sie selbst Stopp, da geht nicht mehr? Tatsächlich bin ich da vermutlich sehr eigen. Wir sind ja als Unternehmen ausgezeichnet, wir sind vor kurzem oder vor wenigen Jahren Great Place to Work, Platz 1, Beste Arbeitgeber Österreichs. Also wir machen offensichtlich was richtig. Was wir aber nicht tun ist, wir sind nicht die Weltmeister im Essensgutschein, dieser Bonus, jener Bonus, Gratismittagessen, dieses, jenes. Nein. Wir haben uns entschieden, auf sehr fundamentale Dinge zu setzen. Erstens, ich wollte einen Arbeitsplatz schaffen, an den jeder gerne kommt. Und das hat in erster Linie zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist eine räumliche. Ist das dort ein Umfeld, wo ich inspiriert bin und wo ich gerne bin und lieber bin als zu Hause? Und der zweite Punkt ist ein Unternehmenskultureller. Bin in der Lage ein Umfeld zu schaffen, wo Menschen sind, die ich schätze, die ich mag, mit einer Führungspersönlichkeit, die mich weiterbringt und voranbringt. Und ich glaube die Investition in diese Substanz, das ist das, was wir mit meiner Firma Business Gladiators machen, die ist zehnmal wichtiger, als ob da jetzt ein Tischtennistisch steht oder ob ich das Freitagsmittagessen finanziere. Und da bin ich, glaube ich, sehr überzeugt und die Befragungen haben uns recht gegeben. Gibt es den Tischtennistisch? Nein, wir haben keinen Tischtennistisch und wir haben auch kein Bällebad und es gibt auch keine Rutsche. Und ich glaube, dass das die Dinge sind, die in der Krise auch nicht weiterbringen. Das Bällebad löst ja keine Krise. Wie viel Freiheit geben Sie den Mitarbeitern? Homeoffice ist ein riesengroßes Thema. Das Kommen und Gehen, einmal ist der eine da, einmal fehlt der andere. Wie handhabt das der Philipp Mardertaner? Auch da habe ich entschieden, ich möchte auf das Einzige setzen, was ich tun kann, nämlich Anziehungskraft schaffen, dass Menschen Lust haben, ins Büro zu kommen. Und ich halte sehr viel davon, weil ich glaube, dass Menschen sich seit Urzeiten am Anfang sich ums Lagerfeuer gesammelt haben und sich auch heute noch in unterschiedlichsten Settings zusammenrotten. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber ich weiß auch, ich kann niemanden ins Büro zwingen und deswegen Anziehungskraft durch einen guten Arbeitsplatz. Und umgekehrt keine, ich habe keine starre Quote für Homeoffice. Aber ich habe sehr wohl eines, du musst dafür sorgen, dass alle anderen ihre Arbeit gut machen können. Das ist nicht an den anderen, sich auf dich einzustellen, weil du im Homeoffice bist, sondern du musst dafür schauen, dass es für alle anderen passt. Das heißt, eine Umkehr der Verantwortung. Und das funktioniert bei uns extrem gut. Jetzt sind Sie sehr erfolgreich mit Ihrem Unternehmen. Woher nimmt Philipp Madertaner seinen Antrieb und seine Kraft? Weil, auch wenn man zuhört, da ist irrsinnig viel Power. Ja, aber die ist auch nur dann, wenn es gefragt ist. Also ich liege am Wochenende wie der Duracellhase ohne Batterie, ungenutzt in der Ecke und tanke auf. Und das ist auch für mich der wichtigere Punkt. Jeder von uns hat eine gewisse Energie, die man investieren kann. Und wir alle haben im Leben Dinge, die geben uns Kraft und die kosten uns Kraft. Und das muss sich die Balance halten. Also es braucht eine Energiebalance. Wo ich kein Freund bin davon, ist, dass es Work-Life-Balance zwingend braucht, weil das spielt die Arbeit gegen das Leben aus. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe viele Momente in der Arbeit, die mir Kraft geben. Und ich habe manchmal private Dinge, die mir wirklich wahrlich keine Freude bereiten. Und das wird jeder von uns kennen, ob es die Wohnung aufräumen ist oder die Wäsche machen ist oder sonstiges. Also da brauche ich nicht von Work-Life-Balance reden, weil das gibt mir keine Energie. Da gibt mir oft mein Job deutlich mehr. Groß gemacht haben Sie Kampagnen. Und das war am Beginn der Arbeit, und dafür sind Sie auch sehr oft ausgezeichnet worden, waren das politische Kampagnen mit dem Sebastian Kurz. Wie sehr wirkt denn das immer noch nach? Sie werden natürlich öfter darauf angeredet. Tatsächlich, also Politik werde ich tatsächlich immer weniger angeredet, was bei mir auch jetzt echt wirklich schon, glaube ich, vier Jahre her ist, dass das Kapitel für mich beendet ist, aber das, was wir da gemacht haben, zieht sich natürlich schon wie ein roter Faden durch mein Leben, weil es ist immer darum gegangen, Bischof ist, Menschen zu begeistern und zu bewegen. Das ist eigentlich das, was mich im Leben beschäftigt. Und das zieht sich durch, durch meine Unternehmen, durch mein persönliches Wirken. Es geht immer um die Frage, wie kann ich den Funken in Menschen zünden und dann auch einen Rahmen schaffen, wo man gemeinsam was Großes bewirkt. Und das ist egal, ob wir mit der Agentur Employer Branding machen oder mit der Beratungsfirma Leadership und Unternehmenskultur oder mit der Software Mobilisierung. Das ist das Thema, worum es geht bei mir. Aber politische Kampagnen sind beendet? Sind beendet. Oder gibt es da noch eine Rückkehrmöglichkeit? Nein, da gibt es keine Rückkehrmöglichkeit. Das werden auch die Anfragen immer weniger, nachdem ich so gnadenlos immer Nein gesagt habe nach 2019 und da wirklich sehr bekannte Namen international fast vor den Kopf gestoßen habe, aber mittlerweile, glaube ich, ist die Botschaft durch. Das gibt es bei mir nicht mehr. Und warum wird es so vehement abgelehnt? Weil ich einfach viel mehr Spaß habe im unternehmerischen Wirken. Das ist mein Betätigungsfeld. Das ist so ein wunderbar gestaltender Bereich, wo man einfach, ja, ehrlicherweise natürlich auch nicht mit der gleichen Überhitzung konfrontiert ist, wie das im politischen Markt ist. Da wird ja nicht immer noch alles rational diskutiert. Und im Unternehmerischen hat man schon eine gestalterische Freiheit, die wirklich, wirklich großartig ist. Also ich kann es jedem und jeder nur ans Herz legen. Jetzt ist das Unternehmen, das Sie aufgebaut haben, schon relativ sehr groß. Wie viele Mitarbeiter sind es? Gibt es viele, die deutlich größer sind. Aber für Agentur, also die Agentur gehört sicher zu den größten Agenturen des Landes. Da arbeiten knapp oder rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was damit in Österreich sicher zu den Top-Playern gehört. Die Softwarefirma und die Beratungsfirma sind kleiner. Also es gibt Menschen mit deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber ich habe auch über die Jahre gelernt, dass das ja nicht die einzige Benchmark ist. Also der Impact ist tatsächlich das, was mir viel wichtiger ist heute. Aber ein wunderbares Büro, ein riesengroßes Office, viele Mitarbeiter. Da muss man schon ein großes Rad drehen. Da sind die Fixkosten im Monat auch schon sehr, sehr groß für einen Unternehmer wie Sie. Keine Angst vor dem Scheitern und wie geht man damit um? Dass es ja immer wieder weitergehen muss von Monat zu Monat. Und wenn hilft es ja nichts. Also wenn es sein soll, soll es sein. Ich werde jedenfalls immer alles dagegen tun. So viel steht fest. Aber es bringt mir nichts, wenn ich mich mit dieser Angst vor dem Scheitern beschäftige. Wiewohl ich natürlich auch nicht, also auch mir passiert es, dass ich dazwischen wieder mal in Zweifel reinrutsche und sage, war das gescheit? Geht sich das aus? Halleluja! Also manchmal auch natürlich dann unter Druck stehe. Aber es kommt in meinem Kopf immer wieder die gleiche Reaktion drauf. Und das ist, es hilft ja nichts. Also es gibt ja nur geradeaus und weiter. Und man hat als Unternehmer ja auch viele Rädchen, an denen man drehen kann. Aber nur wegen der Angst vor dem Scheitern etwas jetzt nicht zu tun, das wäre ja wirklich unendlich schade. War es geplant, das so groß zu ziehen oder passiert das einfach von Jahr zu Jahr? Geplant würde ich einmal sagen nicht, aber als Ziel glaube ich schon. Also Plan ist immer für mich schon was sehr Konkretes. Ich hätte es nicht planen können, weil ich wusste nicht, wie es geht. Habe ich es als Ziel, als Ambition in mir getragen, sicherlich. Wo soll es hingehen? Ich bin aktuell, darf ich wirklich auf einem Weg sein, der mich persönlich sehr erfüllt. Meine Unternehmen sind alle so aufgestellt, dass Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer eigentlich den Tagesbetrieb führen. Ich darf unternehmerisch wirken. Und ich bin sehr intensiv jetzt gerade dran, Menschen mit Ambition auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich habe am 15. April ein offenen Event, ein Bühnen-Event, der sehr stark, ich habe gesagt Gegenprogramm zur Great Resignation. Also das passt da sehr gut. Nennen Sie hoch hinaus, jetzt erst recht. Also wirklich ein Event für Menschen mit Ambition in der ersten Bank Grand Hall. Und habe ein Unternehmerinnen-Bootcamp gelauncht, wo ich in sehr kleinen Formaten mit Unternehmerinnen und Unternehmern arbeite. Also mir wird es sicher nicht fad, aber das ist der Teil, der mir am meisten Spaß macht. Ein Podcast noch dazu. Also ich bin da sehr intensiv am Werk. Und ich glaube, das wird der Teil, der wird stärker. Die vollen Tage des Philipp Mardertaners. Herzlichen Dank fürs Bekommen. Vielen Dank. Danke, dass Sie heute hier im Kurier waren. Das war der Kurier Business Talk mit Philipp Mardertaner. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.